Yo Freunde, Wochenende und damit herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Wie seit über 1400 Tagen, mache ich auch heute wieder eine Reaction auf den heutigen Fortnite-Shop. Also let's go, schauen wir mal, was da heute so drin ist. Als erstes haben wir hier das gesamte Metallmasken-Paket. Das sind zwei Skins, eine Hacke und auch noch weitere Styles, also Herausforderungen für zusätzliche Stile. Das hat, hier seht ihr die, genau, haben beide jeweils, ich glaube beide jeweils zwei, genau, die man dann durch die Herausforderungen freischalten kann. Das gesamte Paket ist nochmal 800 V-Bucks günstiger und man kann die Sachen noch einzeln kaufen, dann sind sie halt ein bisschen teurer. Dann einer der besten Skins, wirklich, ich warte noch darauf, dass es dafür mal einen neuen Style gibt. Der Dummy, wirklich ein richtig geiler Skin und ich hoffe, dass irgendwann mal noch vielleicht sogar zwei oder drei verschiedene Styles dafür rauskommen. Ich denke, dann wird das einer der auch beliebtesten Skins in Fortnite werden. Der Backpack ist, äh, ja, relativ wack. Die Hacke dazu ist eigentlich ganz nice. Die mag ich jetzt ebenfalls in gelb und in grau, also so carbonmäßig, genau. Und dann haben wir hier noch, ja, die relativ simple Lackierung, die finde ich jetzt nicht so krass. Dann ist, oh, das gesamte Galaxy-Paket, also auch die einzelnen Sachen. Und Galaxy, die neue Galaxy-Kriegerin, die finde ich ziemlich cool. Ähm, ich glaube, wenn die vor, sagen wir mal, zwei Jahren rausgekommen wäre, wären alle so, oh mein Gott, so ein krass geiler Skin. Mit diesen ganzen Effekten sehr nice. Die, ja, der Backpack ist jetzt nicht so krass. Die Hacke finde ich auch die normale Galaxy, ja, geht besser. Aber der Skin ist wirklich sick, den mag ich. Der schaut cool aus. Und das Paket kostet 2,5 statt 3,7, wenn man die Sachen einzeln kauft, genau. Rennfieber ist auch wieder da, auch ein cooler Skin, kann man den Helm abnehmen. Dazu dann noch die Mariana. Oh, dieser RGB-Skin oder LED-Skin mag ich nicht so. Oberpeinlich, guter Emote. Den sollte man sich auf jeden Fall holen. Die Teilengang ist okay. Ein Fortbewegungs-Emote. Dann noch der Rasputin. Auch eine coole Musik, leider ist die Copyrighted. Das heißt, wir können sie jetzt hier nicht auf YouTube anhören. Schwere Schritte, der Bigfoot-Emote. Ja, so laufe ich auch. Und dann sind wir durch mit der Reihe auch. Die Pakete sind alle... Warte, dass ist was Neues dazu gekommen, ne? Uh, Doppelagenten. Uh, Doppelagenten-Paket ist wieder drin. Habe ich mir zwar schon gekauft, aber es wird jetzt inzwischen auch angezeigt. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Wahrscheinlich, weil es für V-Bugs gekauft werden kann. Deswegen wird es angezeigt. Ähm, ja, geil. Gutes Paket, kann ich empfehlen. Ich habe es nicht bereut. Und hier sieht alles noch gleich aus. Also, ja. Cooler Shop heute, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein Top von mir. Wenn ihr euch da was kauft, ihr wisst ja gerne den Creator Code Snogs benutzen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr gerne einmal den Link unten in der Videobeschreibung öffnen. Also den ins.klick slash Snogs-Link. Jeden Tag kann man den einmal anklicken. Also vielen Dank für den Support. Und dann, ja, geht es morgen weiter. Auch mit dem nächsten Gewinnspiel. Morgen, genau, gibt es dann das nächste Gewinnspiel. Werde ich dann noch alles erzählen. Und, ja. Dann hoffe ich, ihr habt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns nachher wieder auf Twitch. Und, ja. Bis dahin. Macht's gut. Habt einen entspannten Samstag. Und haut rein, Freunde. Bis dann. Bis dann.